Ich bin jetzt vor etwa anderthalb Stunden aufgestanden. Ja, ich habe einen sehr seltsamen Schlafrhythmus. Thema Drachenlord. Das Format? So. Äh, Lügenlord. Fuck you. Ich habe lediglich gesagt, dass ich das Ganze verschieben muss, weil es möglichst beste Qualität sein soll. Die Qualität von dem Video wird super. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt. Ich habe noch keine Qualität des Videos möglichst gut ist. Habe ich mir gedacht, ich verschiebe es noch mal eine Woche. Die Zeit hat sich geändert. Ich arbeite stark an meinen Formaten. Ich arbeite stark an dem Zeug, dass es möglichst gut ist. Die Formate. Und diese Formate auf Drachenlord, für was der Kanal gedacht ist, wird auch in Zukunft möglichst qualitativ sein. Es soll eine gute Qualität sein und dafür brauche ich Zeit. Und diese Zeit nehme ich mir. Aber so einen Schwachsinn wie von wegen Lügenlord will ich noch mal lesen, weil entweder kommt eine gute Qualität oder ich mache irgendeinen Trash. Und den Trash habe ich keinen Bock mehr zu machen. Auf Drachenlord sollen die qualitativ hochwertigen Videos in Zukunft kommen. Ich habe beschlossen, dass ich das mit dem Format sexuelle Aufklärung nicht weitermachen werde. Anscheinend wirke ich für viele Leute da viel zu unseriös. Und ja, deswegen werde ich es auch so machen, dass das Format komplett wegfällt. Dann habe ich quasi mehr Zeit für andere Formate. Aber dafür werden die Videos in Zukunft möglichst qualitativ. Deswegen ist TOM, Time of Metal, die CD-Vorstellung, mein Format, das auf diese Art und Weise, wie es kommen wird, nirgends anders existiert. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschau Leute. Tschau Leute. Tschau Leute. Tschau Leute.